Hier für Matthias extra ein Kältekleidinner, ein Tisch unten an der Pulver und sonst hier gar nichts. Und zwei private Chauffeure haben wir hier. Kellner, nicht Chauffeure, Kellner. Matthias, wie gefällt es dir? Mir gefällt es super gut. Wir sind hier jetzt in der Bar, die eigentlich am Tag für alle Gäste zu ist, offen ist. Und jetzt haben wir hier das super tolle Kältekleidinner. Und ja, es ist super schön hier. Wir haben jetzt einen Tisch für zwei Personen hier, haben zwei private Kellner hier. Und es ist ganz, ganz toll. Wir haben jetzt gerade Hummerschwanzcremesuppe gegessen und genießen den Abend hier. Und es ist super, super schön hier und man ist hier komplett für sich alleine. Hier ist unser Kellner. Er kommt aus Kuba. Ganz Wetter aus Kuba. Achso. Grüße von Miami. Grüße von Miami. Wie heißt du Rocha? Rocha. Ja, Rocha aus Kuba. Du vergisst nicht, alles Rocha. Alles Rocha, sagt der Rocha. Alles Rocha. Tschau. Ja, Mama. Das ist super warm. Das ist super warm. Das ist super warm. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.